Das ist Dusche und WC, die aus diesem Eingangsbereich hier erreicht wird. Da geht es in das Zimmer, das Sie eventuell mieten wollen. Man kann aber auch hier über die Küche reingehen. Das ist die Küche, ausgestattet mit Herd, Waschmaschine, Eisschrank. Das ist der Blick aus dem Fenster und Sie erkennen, dass man trotz Souterrain relativ ebenerdig heraussehen kann.